Wusstest du, dass wenn du in den Urlaub fährst und deine Katzen allein zu Hause sind, sie automatisch das Haus bewachen? Sie zwar super niedlich und brav sind, sie aber nicht bellen können, wenn ein Räuber im Garten rumschleicht. Wusstest du, dass manche Räuber krasse Ninja-Skills besitzen und auf keinen Fall Tobi heißen? Wusstest du, dass du zur Sicherheit eine Kamera installieren kannst, die sogar ganz bequem per Solar betrieben wird und du somit immer weißt, welche Gangster sich in deinem Garten rumtreiben? Auch wenn du dir gerade die Füße auf Hawaii lackieren lässt? Wusstest du, dass sich deine Katzen zu Hause auch wohler fühlen, weil du aus der Ferne immer alles im Blick behältst und sie nachher total lieb zu dir sind und dich nicht attackieren, weil du verantwortungslos einen Räuber umherschleichen lässt? Und wusstest du, dass sogar nachts der Räuber keine Chance hat, weil nicht nur deine Katzen Night Vision haben, sondern auch deine Ring-Spotlight-Cam einen Bewegungssensor, der sofort ein Licht einschalten lässt? Und wusstest du, auch wenn du eine vergessliche Wurst wie ich bist, du auch drinnen mit der Kamera checken kannst, ob alles gut ist, ob die Fenster auch wirklich zu sind, ob die Katzen eine kleine Party schmeißen? Und wusstest du, dass ich gar nicht auf Hawaii meine Füße lackieren lasse, sondern in meinem kleinen Studio dieses Video schneide? Aber!